Schönen guten, liebe Leute, hier ist der Däne wieder und heute haben wir mal ein kleines Pack-Opening mal wieder. Und zwar, ich hatte mich eigentlich gefreut auf heute Abend, dass da das Neue kommt, aber hier haben wir jetzt so 25.000er Packs. Zehn Stück, das heißt 250.000 hauen wir jetzt auf den Kopf, würde ich einfach mal so sagen. Und ich denke, wir fangen gleich an. Sofort. Wir hauen hier einfach am Kopf, ich will jetzt mal sehen, was da drin ist, ob da was drin ist oder wie oder was. Zwei Wochen sind um, vier mal 15 sind 60, ja. Das könnten wir uns noch leisten, aber hier war ja mal richtig schön Scheiße drin. Kann das sein, dass diese Packs einfach nur Arsch sind? Ich glaube, es ist alles Arsch. Da war ja mal nix drin. Gar nix. 25.000 rausgeschmissen hier. Verdammte Rotze. Gucken wir mal den nächsten. 25.000 immerhin, ne? Bäm, abbiati. Super. Osvaldo, Mann, nee. Da war ja mal gar nix. Hallo? Ich mache noch zwei aufkommen. Zweimalhin auf. Ansonsten glaube ich, das hat sich nix. Da werden wir lieber warten bis heute Abend. Bäm, Nasri. Naja, Chodi Alba. Okay, gut. Trauri. Na ja, na ja, na ja, na nun. Na nun, na na, na ja. Ja, na na na. Ich will mal gucken, was der wert ist. Ich glaube nix. Ich habe mir den mal gekauft. Deswegen habe ich den jetzt doppelt. 4.000, na ja. Man weiß es nicht. 2.6. Hilfe. Nix wert, der Vogel. So ein Rotz. Ja, den werde ich, äh, anbieten. Für 57. Dauer 6 Stunden. Oder 3. 3. Nix. 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 Ab. So, Revere. Ich glaube, den biete ich auch mal an. Für 350. Für 3 Stündchen. Chodi Alba kann man gebrauchen. Denke ich. Ja, komm mal so, ey. Zweimal haben wir noch auf. Komm, hier kommt zweimal noch auf. Dann haben wir 5 aufgemacht. Und wenn... Da ist ja irgendwie nix drin, ne? Das ist ja... Das ist ja... Beschiss hier, guck mal. Hallo. Wie kann man denn so einen Scheiß hier haben? Und schon wieder Revere. Orgatz. Äh. 6,50 Start. Ab. Yep. Revere. 3,50 Start. So. So, einen machen wir noch. Komm, einen machen wir noch. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Aber mal gucken. Da ist, glaube ich, auch nichts drin, ne? Oh, verdammt. Piu. Marquetti. Javi Martinez. Okay. Oh, Marquetti. Javi Martinez. Unser Bayern-Spieler. Oh, Hilmes. Den mag ich. Den mag ich aber, no. Den kann ich aber gut gebrauchen, no. Das war's aber auch schon. Jetzt mal ehrlich, oder? Das ist doch Arsch. Arsch. Vollkommen Arsch. Nichts drin, ultimative Mannschaften zu bauen. Ey, komm, die Päcks sind scheiße, ehrlich. Also, die machen wir nicht. Also, die machen wir nicht. So, jetzt haben wir ja erst vier Minuten. Was machen wir da? Ihr habt ja gesehen, ich habe hier noch ein paar... Ich habe schon wieder ein paar Spiele gemacht. Ich habe jetzt schon 52 Siege, 4 Unentschieden und 13 Niederlagen. Ich habe mir ein paar Teams gemacht. Hier können wir mal eben die Links einbauen. Da können wir nämlich den Alba hinstellen jetzt. Das ist mein BBVA-Team. Ja, ja, mein BBVA-Team. Und hier habe ich noch... Moment. Durchsuchen, bitte. Sanchez Vela dos Santos. Habe ich nicht gerade hier den Dings gehabt? Ach, das ist ja Martinez-Wilcher-Bundesliga. Ja, den können wir eh nicht gebrauchen, ne. Also, BBVA-Team hier. Habe ich mir so ein bisschen zusammengebaut. Da habe ich hier Resse natürlich, ne. In Gold diesmal. Und so, das sind alles so. Die habe ich alle, glaube ich, gezogen. Ne, den habe ich gekauft. Den habe ich gezogen. Ja. Den habe ich gekauft, tatsächlich. Den habe ich gezogen. Genau. Den habe ich gezogen. Den habe ich gezogen. Ja, also, da haben wir ein bisschen was gezogen. Und jetzt gucken wir mal, was haben wir noch hier? Dann habe ich so ein Mischmasch. Habe ich hier... Das ist gar nicht mal so übel, glaube ich. Ich habe das noch nicht so richtig gespielt. Das sieht, das ist gar nicht mal so schlecht. Das sieht ganz gut aus, nicht? Was ist mit dem hier? Ne, wir haben ja auch gezogen, ne. Ja. Juan Mata haben wir gezogen, nicht? Eto haben wir auch gezogen. Jawohl. Willian haben wir gekauft. Ach, der ist jetzt ja er hier. Ja, ja, ja. Alles klar. Ja, wunderbar. Nicht? Ansonsten, was haben wir noch? Haben wir nichts, äh... Das habe ich mir mal so zusammengeschustert hier. Das sah gar nicht mal so schlecht aus. Das wollte ich mal ausprobieren. Das ist so, ja... Das müssen wir mal im Auge behalten, nicht? Das ist gar nicht so übel. Und dann haben wir noch... Was haben wir noch? Was haben wir noch? Ja, Bronze habe ich da. Wie war es? Ja, haben wir gerade geguckt. Das Dings hatten wir da. Bronze habe ich hier. Bronze Bundesliga. Mit, äh... Almerowitsch und Marian Saar und Günther. Ich weiß gar nicht, wie der Vorname heißt. Und natürlich Amini, mein Lieblingsspieler hier. So, mehr oder weniger. Also, einer auf jeden Fall davon. So ein bisschen durcheinander hier. Bundesliga mit österreichische Bundesliga. Habe ich da ein bisschen was gemischt. Und, naja. Sieht gar nicht so schlecht aus. Außer er hier, ne? Der ist ein bisschen ein Arsch. Kommt da noch was? Ja, Manager war da. Das würde wohl nicht gehen, ne? Das wäre noch eine Sache, ne? Aber ansonsten... Ach, er hier auch scheiße. Ja, ja. Es ist nicht perfekt, aber es geht. Es lässt sich spielen. Und dann habe ich Bronze 2. Was habe ich da gemacht? Ach, auch Spanisch. Ja, gut. Spanisch, nicht? Geht. Kann man so lassen. Macht Spaß. Auf jeden Fall. Er hier vor allem. Er macht Spaß. Ja, es geht. Ja, vielleicht mal nur ein Spiel. Dafür habe ich gestern erst eins hochgeladen. Naja, so müssen wir heute... Lade ich trotzdem auch. Also das lade ich auf jeden Fall hoch heute. Und, ja. Und dann werde ich nachher nochmal um sechs... Ich werde versuchen, pünktlich um sechs aufzunehmen. Dann, wenn das neue Team rauskommt. Das werden wir natürlich aufnehmen. Und dann lade ich das auch noch hoch. Alles klar. Wir sehen uns. Bis dann. Schlaft schön, ne? Macht's gut. Adios.